Hallo und herzlich willkommen im Landefeld Online Magazin. Das hier ist unsere SPS, unsere Schlauchbruch-Sicherung. Ein unverzichtbares Schutzbauteil am Arbeitsplatz für Maschinen und vor allem für ihre Mitarbeiter. Diese Ausführung gibt es bei uns in Größen von 1,8 Zoll bis zur großen 2 Zoll und natürlich mit beidseitigem Innengewinde sowie mit Außen-auf-Innengewinde. Warum dieses Bauteil so wichtig sein kann, das möchten wir Ihnen heute zeigen. Wir haben hier einmal eine kurze Versuchsstation aufgebaut, einen Druckluftverteiler, kanalisiert auf zwei Leitungen, einmal ganz bewusst nach unserem Kugelhahn ohne Schlauchbruch-Sicherung und einmal mit unserer Schlauchbruch-Sicherung. Als Verbraucher haben wir in diesem Falle zwei Manometer eingesetzt. Wird eine Ihrer Leitungen beschädigt, in der Sie keine Schlauchbruch-Sicherung verwendet haben, passiert folgendes. Zunächst setzen wir die Leitung einmal unter Druck. Sollte diese dann an einer Stelle beschädigt werden oder gar reißen, passiert folgendes. Wie Sie gesehen haben, wirbelt und peitscht der Schlauch wild herum. Dies kann Ihre Maschinen beschädigen oder noch schlimmer, es könnte Ihre Mitarbeiter verletzen. Aus diesem Grund haben wir bei unserer anderen Schlauchleitung eine Schlauchbruch-Sicherung installiert. Diese sollte immer nah nach Ihrer Wartungseinheit verbaut sein. Sollte Ihre Leitung nach der Schlauchbruch-Sicherung einmal beschädigt werden oder gar reißen, passiert folgendes. Durch den schnell ansteigenden Differenzdruck wird der federbelastete Kolben im Inneren der Schlauchbruch-Sicherung in den Sitz gedrückt und lediglich durch die kleine Bypass-Bohrung durchströmt den Schlauch weiterhin Druckluft. Durch diese Funktion wird ein Peitschen des Schlauches verhindert und Ihre Maschinen sowie Ihre Mitarbeiter sind geschützt. Ist der Schaden behoben, verringert sich der Differenzdruck, der Kolben wird wieder aus dem Sitz freigegeben und Ihre Schlauchbruch-Sicherung lässt den gewünschten Druck wieder zu Ihrem Verbraucher durchströmen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Funktion der Schlauchbruch-Sicherung näher bringen. Sollten Sie dennoch Fragen oder Anregungen haben, nutzen Sie gerne unsere Kommentarfunktion. Für weitere Informationen besuchen Sie uns weiter hier im Online-Magazin oder unter www.landefeld.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!